Was ist damit? Als ich zwölf war, habe ich ein Skateboard gefunden. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verletzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich vierzehn war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hüde, Kuh! Hey! Ich habe dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte! Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Ich glaube, jemand... Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Was ist los? Warte! Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm! Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe! Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind! Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Schiff, schiff! Schiff, munition! Okay, gehen wir rein! Du hast uns Angst gemacht. Ich weiß. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein. Nicht mittig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt ihr gehört, ihr habt Strom hier? Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektor. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joel. Scheint ihr hättet schon von uns gehört? Das haben sie auch. Nein! Halt den anderen fest! Laura? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lass mich! Puta Madre! Joel. Miller. Wer bist du? Rate mal. Er ist K.O. Er ist K.O. Er ist K.O. Er ist K.O. Er nimmt sein Wein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Joe! Tommy! Oh, shit. Wie kam ich da heute? Okay, Shama. Come, Sean. It does all you gain. Joel? Tommy? It's okay. It's okay. Boah, da ist das. Joel? Tommy? Tommy? Welcome to see you. Joel? Oh, shit. Fuck. Nein. Nein. Nageln sie fest. Finger weg. Lasst mich los, verdammt. Mist, Jack. Ihr habt sie. Ihr habt sie doch. Okay. Ich mach euch alle kalt. Was ist los? Lasst ihn frei. Wer ist das? Lass ihn frei. Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe. Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe. Bitte steh auf. Nein. Nein. Ich bring euch um. Nein. 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 Oh mein Gott. Ellie? Ellie? Tut mir leid. Jessie? Sie sind hier unten! Nein. Nein. Sie sind hier unten. Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Tch. Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder Ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt. Auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacke gestohlen waren? Das ist… Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark… Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Gut. Okay. 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 Malen, die Zeitון. Ich bin froh. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von Atem mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs wird dann schon noch was sein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, geh ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den hab ich bei den Osttouren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich muss also weiß, ob du es jetzt ne如 wir. Ich muss ja nicht oben reyincken. Ich macke doch weiterkommen. Also, wir entspringen los, dass du den Kopf 시청ern. Das ist ja mal dronken! Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ali wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stahlleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur, wird mir eingefallen. und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Ich habe einen Rückschell. Und bei euch. Wenn du mal bist.